Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Mosh 36 Forever Young. Das letzte Release von Mosh DZ erschien im September 2017. Seit seinem Abgang bei Life is Pain wurde es etwas ruhiger um den Berliner. Jetzt steht mit Forever Young das fünfte Album an. Forever Young kommt mit 14 Tracks. Features kommen unter anderem von Hannibal, Manuelsen und Moe Phoenix. Das Release kommt über Vertigo und erscheint digital. Jakuza Heavy Rain. Im Oktober 2019 erschien mit Magnolia X das letzte Release von Jakuza. Nach mehreren Verschiebungen kommt nun das neue Album des Österreichers. Heavy Rain beinhaltet 14 Tracks und kommt mit Features von Mark Sloan und Martin Kautz. Das Release kommt über iGroove und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.